Als Schule zeichnet uns aus, unsere gute Atmosphäre, der gegenseitigen Respekt und Wertschätzung und natürlich unsere schöne Lage hier mitten in der Natur. Wir, das ist die Schulgemeinschaft der Erzbischöflichen St. Ursula Realschule auf Schloss Hohenburg in Lengres. Das ist halt einfach ein Schloss und das gibt auch den Vibe, da würde ich sagen. Alt, aber doch modern. Man fühlt sich da sehr, sehr wohl. Ich weiß auch noch den ersten Schultag, wo ich da durchgegangen bin, da haben wir uns gefühlt wie so lauter kleine Prinzessinnen, wie wir da durchgegangen sind. Wir sind eine staatlich anerkannte Schule in kirchlicher Trägerschaft mit unseren vier Ausbildungsrichtungen im kaufmännischen, handwerklich-technischen, hauswirtschaftlichen und sprachlichen Bereich sind wir breit aufgestellt und bieten für alle Interessen und Talente unserer Kinder die vielfältigen Möglichkeiten. Wir machen gerne praktische Versuche hier in der Schule, damit einfach die Schüler lernen, damit umzugehen und wissen, warum sie lernen. Also in Physik wurden auf jeden Fall immer die Experimente, die wir davor mündlich besprochen haben, immer mit Versuchen demonstriert danach, was auch immer noch im Kopf geblieben ist. Wir sind eine sehr kleine Schule hier an der Realschule Hohenburg. Alle Lehrer kennen alle Schüler und alle Schüler kennen alle Lehrer und so fällt uns auch auf, wenn ein Kind vielleicht gerade Probleme hat, wir sind dann da. Wir sehen nicht nur die Schule als Lernraum, sondern generell als Lebensraum für die Schüler, wo sie sich wohlfühlen sollen. Und wir sehen die Schülerinnen und Schüler als eigenständige Personen, unabhängig jetzt, wo sie herkommen oder welchen Leistungsstand sie haben. Man kann aus der Schule rausgehen in einer Stunde und kann eine botanische Exkursion machen, man kann eine geologische Exkursion machen. Immer eine willkommene Abwechslung zum Unterricht im Klassenzimmer. Bei uns gibt es das Wespen-Nest, das ist die Mittagsbetreuung, findet immer von Montag bis Donnerstag statt. Die Kinder können ihre Hausaufgaben machen bei uns unter Betreuer. Das Besondere in Hohenburg ist, dass wir eine Vielzahl an AG-Möglichkeiten für die Schülerinnen anbieten, um ihre unterschiedlichen Kompetenzen zu fördern. Ich mache Theater und Kunst und TG und im Theater spielen wir gerade das Stück Momo. Ist Ihnen dieses Gesetz bekannt gewesen, Angeklagter? Ja. Ja, es ist mir bekannt. Du kannst du Paya. Hätten sie euch kriegen können? Nie. Orchester gefällt mir mit Potalgürt eigentlich. Das ist eine große Herausforderung. Unser größter Auftritt bis jetzt war bei den Special Olympics. Da haben wir spielen dürfen. Und wir sind in Lienkreis. Und das Jahr waren wir auch am Faschingszug in Lienkreis vertreten, als Schlossmusik. Wir haben das einfach ein bisschen selber organisiert, haben aber trotzdem Hilfe von den Lehrern gekriegt und vom Schulleiter. Und das hat eigentlich richtig Spaß gemacht. Textiles Gestalten haben wir als Wahlfach in der 5. und 6. Klasse. Und wir wollen einfach da die Feinmotorik der Kinder ein bisschen einüben. Und die Freude und den Spaß an den Techniken wie Stricken, Häkeln, Sticken, dass das so ein bisschen erhalten bleibt. Ich finde einfach, dass man sich in der Schule anders fühlt, wie finde ich, auf anderen Schulen, weil das einfach verschloss ist. Schloss Hohenburg geht auf eine alte Geschichte zurück. Geht auf die alte Burg, die hoch am Felsen, die Hohenburg, gebaut worden ist. Die war da bis 1707, als sie abgebrannt ist. Und als Ersatzbau wurde dann dieses Schloss gebaut. Das war 1718 fertig. Ist dann auch in verschiedene Hände gekommen. Verschiedene Fürsten und Herrscher haben da den Hofmark Hohenburg besessen. Und am Schluss waren es noch die Luxemburger. Nach dem Krieg hat sich das zerschlagen. Und dann haben die Schwestern aus Landshut das Schloss gekauft, um da Schulen zu errichten. Und seitdem ist das eine Schule. Hohenburg ist eine PZW-Schule, das heißt wir sind Partnerzentrum des Wintersports. Das ist in enger Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Skiverband. Dieses Konzept sollte eigentlich so sein, dass man die guten Skifahrerinnen und Langläuferinnen fördert. Und die Mädels haben die Möglichkeit, Training und Schule und Wettkampf unter einen Hut zu bringen. Und ihr Schulpensum auch erfüllen und auch gut im Leistungssport dann sein. Wenn ihr an die Hohenburg-Zeit zurückdenkt, da krieg ich eigentlich immer ein Lächeln ins Gesicht. Weil Hohenburg war dann doch schon ein ganz schön großer Teil meiner Jugend und meiner Kindheit. Hat einen sehr geprägt und ich darf auf jeden Fall immer wieder auf Hohenburg gehen. Weil es eine sehr schöne Schule ist, man kommt gern her. Bei uns im Sekretariat ist jeder willkommen. Also wir haben immer die Türen offen für die Schülerinnen und künftig auch für die Schüler, für die Lehrer, für die Eltern. Und wir wollen uns natürlich immer weiterhelfen können. Wir hoffen, ihr hattet einen guten Einblick in unsere Schule. Und wir würden uns freuen, wenn ihr mal bei uns hier oben auf Hohenburg vorbeischaut. Bis zum nächsten Mal.